Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Leute, heute spielen wir in The Walls in einer Ferien-Map, die von Andres Bautin gebaut wurde. Andres, vielen, vielen Dank dafür. Kuss, geht raus. No problemo. Mano. Und Leute, heute mit dabei ist der liebe Burak. Du hast geboren, du hast meine Liebe geboren. Yeah, ich liebe dich auch, Burak. Und Kid Maschort ist auch dabei. Ja, erkennt ihr das? Ihr habt so einen richtig leckeren Geschmack im Mund, Alter. Aber ihr wisst nicht, woher das kommt? Ich war ja. Das ist die Katzenscheiß von der Mutter, die er ihm gefressen hat. Nein, nein, das ist nicht. Der liebe Andres, die Schüssel, du. Peace, Leute. Aha. Okay, Leute, wir losen aus jetzt, während welches Ebenen reinkommt. Und Kid Maschort, du bist der Letzte. Burak, du darfst anfangen. Danke. Oh, äh. Gut, eindeutig, Burak. Gönn dir. Okay, ich nehme einfach den Rhein-Map. Andres, die Schüssel, du. Ich habe keinen Ball. Blubbi. Oh, äh. Anders für mich machen, bitte. Okay, ich mache für dich. Okay, komm. Mach du. Mach du. Oh, oh. Äh, wow. Das ist bei der Halloween-Seite. Bei der Halloween-Seite? Okay. Ja. Äh, äh, Kid Maif? Hallo, lass mich mal mein Bauteam in Ruhe. Kid Maif, warum ist der so aggressiv? Warum bist du aggressiv? Ich hab's gesagt. Okay, André, du gehst dann zu Spooky Map. Ja. Und jetzt lösse ich aus, wo ich oder Kid Maif ist und, äh, die Kid Maif abgeblockt hat. Okay, ich bin hier, Kid Maif ist da und, Leute, geht in die Map. Wo bin ich? Let's go. Ich bin auf der Sonnenseite. Na, Bibi. Okay, Leute, ich könnte sagen, sucht euch alle jetzt eine Spawn-Platze. Sagt, ready, wenn du bladdy seid und dann geht's los. We're ready. Bladdy. Sind die alle ready schon? Yeah, yeah. Okay, dann drei, zwei, eins, los. Let's go. Wie lange haben wir Zeit, bis die Mauer runtergeschossen ist? Äh, ich, äh, drei Minuten. Ich entscheide es. Okay, die wird einfach runterrandom geschossen. Ja, genau. Bruder, man muss spontan sein, weißt du, ich mein? Ja, ist so. Ja. Aber wenn du mit Achmed spontan bist, Digga, der hat jetzt schon abgeschossen, weißt du, wie ich mein? Äh, ist schon auf? Achmed bleibt oben stehen, Digga, und schießt dann oben. Achmed, wenn du aufmachst, Anzeige raus. Boah, Leute, Alter, was für, oh, tschüss. Was für Lutig bekommen. Wo ist Glurak? Oh, Müll. Wieso, ey? Oh, Glurak. Oh, Leute, die Lila, ey, meiner Meinung nach die beste Waffe im ganzen Spiel. Ich sag's doch, Digga, das war safe, Kid Mave. Ähm, Jungs, ich möchte ja nichts sagen, ne? Oh, mein Gott, die Wall ist unten, Jungs. Ja, geht los, Digga. Ja, die Wall ist unten. Digga, Kid Mave. Oh, Leute, die ersten fighten sich schon. Ja, bitte. Leute, ich hab nicht gesagt, wie viele Leben wir haben. Jungs, wir haben alle drei Leben. Okay, und los, let's go. Komm, Digga, was ist denn hier mit dir, mein Lieber? Tschüss, Digga. Ich hab wieder Face-Amb-K, sag mal, das sag ich in jeder Video. Äh, in jedem Video. In jeder Video. Dave, woher läufst du? Lack, woher läufst du? Ähm, ähm. Oh, tschüss. Jungs, ich fühl mich wie ein Krieg. Brudak, wo bist du? Komm, Brudak ist überall und auch nirgendwo. Also ist er... Ja, Brudak. Lass mich wieder. Oh, mein Gott. Arndi hat nur noch ein Leben, oder? Ich hab nur noch ein Leben, ich geh jetzt in der Ecke. Oh, oh. Warum stellst du dich in die Mitte so offen und traust dir Healing rein, Bruder? Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nur, dass hier jemand kehrt. Oh, Mann. Ey? Wo ist Burak, Leute? Ich seh ihn nicht. Oh! Ähm. Ich hab grad ein 400er-Hit gemacht. Wie? Dass das überhaupt geht, wusste ich gar nicht. Aua! Das ist 390 oder so, der Maximale. Ne, ich hab 392 gemacht. Autsch. Aua, das war mein Ass. Das hat... Springes. Okay, ich hehm mich nicht. Ich mach's los. Bring es! Kling, lackieren, kling, lackieren. Ich hab dir noch ordentlich Damage mitgegeben, ne, mein Freund? Bitte lassen Sie mich. Tschüss, André. Burak hat mich gekehlt. Oh, mein Gott, Leute. André ist raus. Tschüss, Burak, komm, da werden wir ein Feststück runter. Nein, ich bin das los bei dir direkt. Nice. Oh, mein Gott. Hey, wie oft hast du ein Leben genanamed? Nein, ich bin das so. Oh, shit, Digga. Hey, nur noch ich gegen Burak und Burak und ich haben noch zwei Leben, oder? Digga, the world ist immer Burak im Finale. Au, Burak, tschüss, tschüss. Burak, mach fair. Bitte knall ihn weg, Digga. Burak hat mich, Leute, einfach mein Bildschirm ist verbacken, weil Burak mich gekillt hat, Digga. Okay, Burak. Burak, meine Hütz hinten so hat, dein Gameback. Digga. Finale, Finale. Weißt du, was backt? Ich schmorg' einen Schokoladenkuchen. Lecker, back mich auch. Oh, ich hab Angst vor dir, Bruder. Leute, ich, guck mal, ich rush Burak jetzt und erkennt den. Oh, Bruder, alles klar, Digga. Hier, Bruder, hier, ey. Ich wollte gerade Minis legen und dann wurde ich so rausgenommen, Digga. Oh mein Gott, Leute. Shish. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben die erste Runde gewonnen. Burak ist zweite, andere ist dritte. Und Spaß. Alter, halt die Schnauze gegen die zweite Runde. Okay, Leute, zweite Runde Auswahlverfahren. Ich fang' an für mich selbst, weil ich überhörst das Spinnen gerade. Und. Oh, oh, oh. Oh. Steilig, Digga. Abo, Heimat. Bin ich zufrieden mit Sonne, Strand, Frauen, so. Oder ich bin. Oh. Oder geht in die Kälte. Okay, ich bin. Ah. Okay, geht. Wir sagen, es ist das hier, weil das ist auf der Seite. Okay, und, André, dann bist du? Okay. Bei Halloween. Ja. Okay, Leute, geht auf die Map, sucht eure Spanplatten. Was? Spanplatten. Hi, ich bin's. Geht direkt los. Spanplatten. Jungs, lass mich. Ich darf das. Ich hab schwarze Haare. Ich auch. Guck, hier mein Passwort. Haar, barbe, schwarz. Oh, oh. Hey, Jungs. Zwei liederne Waffen und zweimal. Die Ding ist okay, aber die Double-Dings feier ich gar nicht. So, Kidnaff diesmal länger als 10 Sekunden Wall oben lassen, oder? Okay. Okay. Er hat schon gedrückt, safe. Ja, Mann. Ich schwör's. Und, Leute. Oh, die ist strong. Schüsch. 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 Schüschkröte. Oh, guck mal, wir haben ne... Uns fehlt nur noch ne Shotgun, Leute. Und dann können wir direkt die Wall runter machen und dann... Das ist auch ne geile Idee, eigentlich. Was denn? Wer sich ready fühlt, macht die Wall runter, weißt du? Dann hat er Vorteile, so. Das ist echt ne geile Idee. Stimmt. Ab jetzt, die Wall ist aber noch so. Ist so. Hä, wo geht das runter? Sag nicht. Okay, Leute. Vielleicht haben die Leute... Vielleicht haben die das so nicht mitbekommen, dass das Ding unten ist. Oh, shit. Oh, es ist wirklich unten. Ne. Es ist wirklich unten. Nein. Es ist wirklich unten. Hä? Das ist gar nicht. Kick wave. Boom. Ah, kick wave. Oh, mein Gott. Muss ich raus schneiden. Muss ich raus schneiden? Das war so schlecht von mir. Ich hab nur zwei Leben. Wer kämpft ja beim Spawn? Ich nicht. Das kann nur, Bruder. Nein, Wallah, nein. Ich hab nur noch ein Leben und kein anderer ist gestorben bis jetzt. Sicher, dass kein anderer gestorben ist? Ich bin auch gestorben. Let's go, Bruder. Ey, aber lass mich hier raus jetzt, Bruder. Boah, ich sehe. Komm, das ist grad nicht Team. Das ist einfach nur taktisch vorgehen. Komm, wir haben Kitmaid. Komm, komm, komm. Das ist nur taktisch. Oh, das warst du. Ja, ihr seid alles kleine Arschbeiden. Nein, hallo. Das ist kein Instrument. Hallo, bitte. Bruder, ey, das ist mein letztes Leben und ich hab... Bruder, dann geh doch weg. Ey, Jungs, bitte. Ey. Spielstopp. Spielstopp. Ach so, auf einmal, Bruder, ist dein Pitbull oder was? Ja. Tschüss, ich hab kein Blasen. Er sagt, bitte, Jungs, ein Leben und fightet dann mit, Digga, so aus der Ecke. Ich hab... Ey, wie viele Leben habt ihr nur noch aus seinem Minecraft-Haus? Ich glaub, ich hab noch zwei. Zwei, ne? Ich hab auch noch eins und ich geh jetzt kurz baden. Yeah. André, ich mach Trickshot, komm. Boom. Das ist, wenn du mich triffst, Digga. Ich spiel nie wieder mit dir. Okay, boom. Leute, wenn ich den treffe... Ey, ihr Schott, Digga. André, bist du raus? Wie kann ich immer letzter werden? Das ist nicht möglich. Oh mein Gott, tschüss, Digga. Egal, ich hol die Runde für Digga. Au, 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 au. Wer lebt noch? Ich hab den Schmerz in meinen Schnürsenkel gespürt. Komm, Bruder, wo bist du? Bruder, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier, ich bin nicht da. Wo bist du? Aha. Au. Au. Stopp. Ey. Oh, pass auf. Hey. Warte kurz, warte kurz. Lass mal den Cheater da oben. Ja, Leute, gucken mal. Oh, ha. Da, schau, Digga. Er wurde kurz so schlechter, Digga. Okay, es ist wieder ein 1 gegen 1 gegen mich und Burak. Burak. Burak, ich hab noch zwei Leben. Ja, ich hab eins. Und ich bin in dem Leben low. Wo bist du? Gib ihm. Hä? Nein, Burak. Warte. Okay, Leute, alles nachladen. Nachladen. Okay, ich geb ihm jetzt One-Shot. Ich geb ihm jetzt One-Shot. Oh, er hat mich so hoch genommen. Oh, nein, Leute, die zweite Runde haben wir verloren. Guck mal, Bautin heult auch, Kalisto. Okay, Leute, ich würd sagen, erste Runde haben wir gewonnen. Zweite Runde haben wir verloren. Da hat er lieber Burak gewonnen. Und jetzt gehen wir in die dritte Runde. Und dies ist vielleicht sogar eine entscheidende Runde. Okay, Leute, dritte Runde, Auswahlverfahren. Diesmal ein bisschen schneller. Kidnave. Wir beide werfen Basketball. Oder komm, drei, zwei, oh, mach einfach. Hä, meine macht Dings, Digga. Meine macht Krüppelwurf. Ja, ich muss Winter Island. Egal, ich bin. Äh, okay, André, wieder Spooky. Jungs, ich war dreimal Spooky, Digga. Und ey, denk dran, wenn jemand sich ready fühlt, wall direkt runter. Ich mach jetzt runter, ich mach jetzt runter. Nein, du machst nicht runter, das ist meine Waffe. Ich hab noch gemacht. Encore. Ich hab ehrlich gemacht. Hä, echt jetzt? Ich hab nicht meine Waffe, Digga. Digga, André, du bist so schwitzy, Digga, unterwegs. Aber egal. Ah, Digga, das war ein Fehler. Burak nimmt die Chance, push direkt. Ist so. Oh, ich hör schon Kisse. In der ersten Runde waren wir auch hier, ne? Ja, das kann sein. Nein, Burak, du bist so eine Ratte. Burak, bedankt dich bei André, der ist schuld. Digga, Burak, wir haben pushen. Egal, Leute, ich push mit, Burak, komm, Burak. Ich auch, Digga. Also auch gegeneinander. Aua, ey, Odo, ey. Ich hör zu Kidmaf, ich komm nicht zu dir nach Hause. Mecker, jede Aufnahme, wenn er zu irgendwie einen Odoman sehe. Das tut immer so weh. Ja, Digga, wir sind nicht Odoman, wir sind nicht fett. Digga, wer schummelt da oben wieder? Kidmaf. Was kann ich dafür? Ihr lasst mich keinen Spawn einsammeln. Ey, Schummel-Mate. Da werd ich noch gepusht, wisst ihr, wie ich mein? Da werd ich noch gepusht von jemanden, Leute. Wenn du mich killst von da oben, das zählt sich mir gar nicht. Komm, André. In einem Video meine Regeln. Gut, André. Ich hab dich nicht gesehen. Okay. Du sagst, komm, André, du hast 20 Leben. Ich schwöne. Gerne, ich wollte das Ding. Komm. Es geht mir einfach immer noch rum, Jungs. Ja, ja. Lass mal alle auf ihn gehen. Komm, wir schießen. Ja, lass nur noch ihn ab. Der hat eh aggro auf mich gerade. Schieß. Er hat sogar Heel-Mate. Er hat jetzt der Dings-Boss. He he he, doch auf, Alter. Jungs, er hat sogar Heel-Pads. Äh, diese... Kidmaf. Six-Packs. Er hat kein Six-Pack. Er hat Six-Packs geworfen gerade. Doch, hat er, hat er. Okay, komm, Kidmaf. Peak. Leid ihn ab, Jungs. Verteilt euch so, dass er nirgendwo sich rumcappen kann. Wow, tschüss, Digga. Ey, ich bin mit dem Controller. Das ist der Falsche da, ne? Das ist Baut-Team. Oh, wir kidnap-cam. Kili, kili, kili. Höchste Plattform. Ja, du, Digga. Ja. Guck mal, wie er mit Absicht keine Dings nimmt. Keine Spawnplatte, damit er da oben spawnt. Jungs, ihr habt mich keine nehmen lassen. Ihr habt mich echt geblieben. Ja, 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 ja. Egal, Leute. Wir wollen jetzt den höchsten Spot hier auf der Map. Nice, Digga. Ist down. Baut-Team. Ich kann ihn abmeckern. Dann hast du auch ein K. Yeah. André hat ihn geklaut. Okay, dann sag ich, hol ich dich jetzt. Aua. Er ist low, Jungs. Sag ich, hol ich dich jetzt. Oh, shit. Ich muss mal an. Nein. Ja. Leute, let's go. Erster Kill. Wuhu. Aber ich hab... Ich wollte gerade sagen, ich hab nur noch zwei Leben. Aber jetzt hab ich nur noch eins. Super. Ey, André ist da bei dir, glaube ich. Nee, bei Kidmaf. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Was sag ich mit Kidmaf? Wie viele macht der noch? Digga, der hat noch zwölf. Der Kidmaf hat noch, hat noch, Digga, ich wollte gerade sagen, wenn du ihn fragst, zwölf. Egal, Dings, ich bin da oben, ist raus. Er ist runtergesprungen, er ist runtergesprungen. Oh, Maschallah. Echt, wo ist er reingesprungen? Der kleine Kerl, bro. Ich hab reingeschossen, er ist im Winterland. Jungs, halt aber auf, Alter. Ich geh hin. Selber schuld. Selbst Victor. Most wanted, Digga. Ich schwör gerade fort. Meccan, der ist irgendwo bei dir da. Ich hab ihn. Nice, Dinger. Nice, Mann. Aua. Wie viele Leben hast du noch, Achmed? 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 Wer ist das hier? Alles gut. Hallo, hallo. Meccan, hat's geschmeckt? Seit wann seid ihr alle Profis in Fortnite? Sagt es mir, bitte, sagt es mir. André, du warst noch nie... Ich war der Mächtigste. Komm raus! Schneeball, Schneeball, bitte. Hast du noch ein Leben? Ja. Okay. André. Bruder, ich geh ihn zu schulden. Wo ist der? Schnee, Mäpp, Schnee, Mäpp, Schnee, Mäpp. Brudak, Pitbull. Bruder, ich komm, Brudak, Brudak. Bruder, ich komm, Brudak, Brudak. Ja, okay, sag schnell, sag schnell. Nimm schnell. Oh, oh, oh. Lass mich dafür leben. Und box Brudak. Was hast du jetzt noch mit Brudak zu tun? Nein, er ist bei mir! Bruder, du hast richtig mitgerechnet. Ich wollte, ich hätte nicht gejinxt, aber... Wie dein Leben hat André noch? Ich habe noch eins. Er hat noch eins. Oh, Brudak. Du hast auch nur noch eins? Ja, aber ich hole dich jetzt. Bruder, ich würde dich nicht holen, irgendwie. Aber ich muss... Leute, Odré, wir verstecken uns jetzt hier. Oh, warum Odré, Mann? André. Brudak ist bei mir. Brudak verfolgt uns jetzt. Äh, verstecken wir jetzt. Er ist bei mir. Ja, Jungs, ihr seid so... Ich habe André. Nein, so... Okay. Äh, und Brudak... Aua! Okay, ich bin weg, 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 Brudak, ich bin mit dir. Aua, André beobachtet mich, jetzt bin ich noch aufgerechter, jetzt guck mir jemand zu, Leute. Guck mal, Kipman, ich sag schon Geist mal, weil er einfach mad ist. Komm. Ah, wo? Ah, ah, ah. Bruder, ich muss kurz... Ich bin maim, ich bin diese Waffe maim, guck. Ich bin diese Waffe maim, maim, maim. Bruder, das zählt nicht. Oh, der hat geschmeckt. Hä, was habe ich in der Hand? Du bist der Autosniper. Warte kurz. Bruder, ich muss kurz was trinken. Ja, ich auch, warte ganz kurz. Kurz, Dings, Kaffee, Pause. Ich kann nicht trinken, Brudak. Ich kann nicht trinken, ich kann nicht trinken, ich kann nicht trinken! Ach, Digga. Du darfst mich doch kurz trinken. Bruder, du hast nicht angestoßen. Hab ich noch ein Lim? Du hast noch eins. Ich hab noch ein Lim. Lass mich doch nur kurz trinken. Oha. Jimmy! Hä? Oh mein Gott, das war so unerwartet gewonnen. Bruder, warum machst du das? Ähm. Ich hatte noch ein Leben. Ja. Ich hab verloren. Bruder, du hast nicht einmal gesch... Bruder, ich hatte alle Leben. Egal, Bruder. Du hast gewonnen. Bruder, du hast gewonnen. Ich bin... Nein, nein, nein. Du hast gewonnen. Ich bin fair. Ich bin fair. Leute, hätte ich gerade eine Facecam, ihr würdet meine Reaktion sehen und ihr würdet euch denken so... Tschüss. Hä? Hä? Aber okay. Wahrscheinlich hab ich so verpeilt. Ich hatte wahrscheinlich nur noch kein Leben mehr. Doch, du hattest noch Leben. Ist okay. Leute, ich würd sagen, Bruder hat die zweite Runde auch noch gewonnen. Ich hab nur eine Runde gewonnen. Bruder hat zwei gewonnen. Somit ist Bruder der Gewinner. Da würd ich sagen, hau da rein. Peace. Peace.